ja hallo Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft mit dem Ding da hinten Starkehner 57 und mit dem Decaygriff. Was sind wir hier? Hier kenne ich mich gar nie aus. Dieses Loch. Ey, ich drück auf Disconnect statt auf Back to Game, ey, das gibt's doch nicht. Wieso bist du überhaupt da drin? Das steht eigentlich immer im Hauptmenü. Ich hatte immer ein Vollbild, also in F1-Modus. Achso, ja. Jetzt haben wir erstmal euer RA. Jetzt leckt hier erstmal alles. Hab ich gut gemacht. Erstmal alles am Lecken hier. So, letztes Mal waren wir ja da drin. Sind umeinander gelaufen, haben nix gefunden und dann am Schluss zu einfach den Typen niedergekleckt. Zum Glück habe ich nochmal durchgeguckt. Zum Glück. Zum Glück habe ich nicht aufgehört. Aber jetzt, jetzt, jetzt können wir den Urgast machen. Dann geht's hier raus. Und dazu gucken wir auf unsere Magic Map und der Urgast. Das ist der Kollege hier. Ja, Aroma-Dingsbums. Tschüss. Ich muss hier grad mal, ne? Äh, ich hab hier noch ne Map. Map 9. Hab ich die gefunden oder hab ich die gemacht? Oder hab ich die gecheatet? Weiß ich gar nicht mehr. Da steht nämlich nix drauf. Cheater. Ich weiß es nicht mehr. Ist das ne Mace-Map oder was? Ja. Schmeiße weg. Ich hab die, wo wir brauchen. Okay. Na gut. So, wir müssen jetzt zum Urgast. Das heißt, wir müssen, äh, nach Westen. Ja, einfach geh lang, würde ich sagen. In die Mitte vom Wald. Ins Herz der Dunkelheit. Auch wenn's hier gar nicht dunkel ist. Bestimmt ist es hier dunkel. Wir haben ja die ganze Zeit, ähm, äh, Light Vision an. Ja, hier ist richtig finster. Wann ist nochmal bei Gali Gott? Light Vision. Na ja, die Pilze sind immerhin hell, ne? Ja, immerhin. Immerhin, wir sehen wenigstens nix. Im Hintergrund hören wir gerade hier Call of Adventure, also wir sind hier, wir folgen dem Ruf des Abenteuers. Nicht Call of Duty. Wir, die tapferen Helden, die den Urgast herausfordern wollen. Ich seh nix mehr. Hier ist ne Hölle. Hier ist dunkel. Ich bin schon wieder gestürzt. Ich muss mein Nachtsichtgerät anmachen, sonst seh ich nix. Ah, das ist nachtsichtgerät, ich noch was für Noobs. Oh, ich seh's schon auf dein Minimail. Ria bestimmt auch. Aua, 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 aua. Die Höllenhunde! das sind geister und habe ich gekehrt ist gut für wittschlag ist was ich aber gerade im moment nicht machen die mistwoll heißen die dinge das ist ein scheiß mistwolf voll der mist ich sehe nix davon ist es mal zwei schläge wo ist es da ist es wo ist der eingang ist das hinter ein land und schloss ist nicht dann und schluss aber so ähnlich die türen sind cool ich glaube ich habe ich gesehen dass man die abbauen kann aber anscheinend kommen sie wohl nicht mehr abbauen wenn ich jetzt hier die ganze zeit abbauen was passiert dann nix so steht er dann habe ich zippel ach du kannst die abbauen ja so kann ich die nicht abbauen sich nicht meine axt habe ich nicht doch habe ich auch doch hier kann ich die kann man abbauen die sind geil die dinge aber die wo ich hier hatte die waren nicht abbaubar so hat er mir angezeigt guck hier die kann man nicht abbauen die gehen noch nicht mehr zu ihr wenn das ist ein einmaliges ding ich glaube man waren die schon so kaputt ich glaube das war gar nicht so kaputt oder ich glaube das war gar nicht so kaputt oder ich habe jetzt auch die königs vorne auch das licht abend ich nehme mal dass die am anscheinend weil ich deine kiste die kannst du hier mitnehmen ja er nimmt immer mit ja ich gebe dir doch dann ja ich nehme mit ich habe jetzt nur ein stück die sind super die türen kommen wir jetzt hier brauchen hier müssen wir wo man das entscheidet nicht toll dann jetzt kommen wir da hoch hier über die treppe würde ich mal die treppe ein braustand am traustand trauen sich aber so einiges die leute heutzutage das ist ein schalter ist nicht ein schalter guck mal hier ist ein öfnis da was drin nein das ist ein steinöfen voll oldschool haben wir noch nie was hier von elektronik gehört das wollte ich schon sagen meine night vision hat den geist aufgegeben hat es aber nicht ach so die geht wieder an und auswahl hat immer ich mache die mal von an und aus zu kommen oder um den geist gast und was ist denn da noch das so ein fetter tipp dann kommen wir mal wir machen jetzt mal ohne fliegende mit einmal ist hit vom diamantschwert im ernst hat so ich habe auch mal mein darconic bau dabei der ist aber nicht mehr overpowered der hat nur infinity und ding bums ich benutze meinen diamantschwert das diamantschwert ist schon overpowered mit sharpness 2 einem hitz in die tod ja meins hat schärfe die spawner machen wir nicht kaputt da kann man gute mob hallo gast was bist du für ein gast man nämlich gas drehen aus dem spawner hier das ist gut ne es ist mir egal ich habe ein autospawner ne eigentlich nicht ne ne hab ich nicht ich habe keinen autospawner stimmt normale gast kann ich nicht spawnen deswegen die dinger hier ne ne ich war schon soweit ich darf wieder hoch fliegen du musst da rüberspringen oder was minigast ich glaub den spawner den nehme ich mal mit ne lass mich ja wir können jetzt wieder mal rum nehmen die sind loren die machen wir aber kaputt oder ja kann nerven nur ja mach mal den spawner ja mach du den spawner platt weil ich weiß grad nicht wo der steht ich kann den nicht die festung hier nicht feuerfest ich mein der uhrgast ist ein feuerwesen was in einem holzhaus wohnt das ist doch mehr als optimal netterwarzen hab ich aber welche hier ruhig an uns tür die türen sind hammer die türen die kommen jetzt also die führen jetzt hier direkt zum endbus oder was aber ich bin so langsam dass ich die türen den faktor offen oh hier hinten ist was für dich weiss ich weiß ich nicht sachen halt hier unten und so doch ja da ist nichts aber gute türen gibt es diese türen das ist ein hammer gut dass die die drin haben was ist denn das hier ich meine wir können jetzt natürlich direkt hoch zum urgas aber das ist ja langweilig das ist ja nicht der sache hier ich bin ein höherer wo bist du auch schlüssel vier stück bestimmt ich warte auf dich ja hier die dieses zu ihr locket wenn ich die block man kann nicht aufmachen müssen dass die anderen beiden wege nehmen schlüssel finden dann sind wir hier so nervige zwischenbrüste die man einfach mal weg macht ganz kurz und schnell ach du scheiße runterfallen dann ist aus wie hoch das noch ist guck mal nach oben das dauert noch ein bisschen gut gemacht mal so das war reguläres feuer das hätte ich für euch nicht ich dachte das aktiviert jetzt die todesfalle nummer eins in deutschland aber egal das funktioniert gar nicht toll ich glaube das soll auch nicht funktionieren kann das sein wer weiß wir lassen uns mal so stehen ich meine hier sind die türen da kann man durchgehen hier sind vier türen marcel wir gehen in allen türen wir machen alles wir machen eine komplette tour wir haben wir echt zeit zeit ich weiß du damals wurde den film gucken wolltest da war ich ganz allein auf dem server in dem let's play together ist noch eine kiste da kommen wir gucken guck dir mal die aussicht an da drüben ist er nur gas glaube ich ein ja das ist ganz oben das tour versehentlich gestolpert betriebsverkehrsunfall hatte jetzt noch eine kiste experiment die schlösser kannst du zu einem zweiten schloss craften und das zweite schloss kannst du noch mal zu dem dritten schloss craften das ist dann zu golden aber was man damit machen kann weiß ich auch nicht spring einfach runter ich meine ich kann sowieso nicht sterben also so nächste seite das gute ist dass die türen nicht mehr zugehen jetzt wollte ich gerade sagen ich markiere mal aber die türen gehen ja nicht mehr zu das sind druckplatten muss ja drüber springen das kommt mir denn da entgegen da okay haben wir schon mal ein einen tower key haben wir jawohl tower key wir brauchen aber vier also ab zum nächsten der master schlüssel eröffnet die letzte tür hinter dem der boss gegner lauert wir sind noch nicht mehr ganz oben das dauert noch ein bisschen würde ich sagen die musik passt du musstest ja da drauf treten ich wollte da drauf treten du wolltest auch noch da drauf treten nächste tür und zu schlimmer ja hier ist das nix toll gemacht oder drei blöcke haut matthias die kiste da sagen wir nichts drin außer ein schloss und kacktein und nichts ist hier oben und von hier oben hat man eine schöne aussicht was sehe ich weiße musik passt nicht zur stimmung du musst jetzt irgend so richtig herrakesch musik drauf machen durch russchen ja eigentlich müssten wir das nicht machen wir könnten einfach hochfliegen aber das gehört halt auch die scheiß portale türen da wieder hier ist wieder eine redstone schaltung die nicht funktionieren da gehe ich jetzt mal lieben hier ja so du warst schon geil guck mal was da für krasse sachen drin sind nichts holzkohle wollte ich schon immer haben das ist das denn hier was soll das darstellen aber so so ein ding mit ringe rum da hinten ist noch ein gas wir dürfen nicht hochfliegen ganz einfach wieder runter kommen dann sind wir wieder unten so okay dann müssen wir jetzt entweder immer einen höher hier oben war ja nix mehr da müssen wir durch die andere tür gehen jetzt kommt bloß drauf an wo war der ausgang unten war da unten der ausgang siehst du mal ohne Marcel würde ich mich hier glatt verlaufen scheiß nervige spinnen die nerven das ist ein krieger gesprungen mein schwert macht nicht mehr runhit aber mein gerät dafür wenn ich nämlich jetzt hier mal den schlüssel einsetzt Achtung dann haben wir schon mal einen schlüssel so gut von vier weißt du nur drei so war einmal kurz hatte mal kurz ich muss kurz mein mein müllsack holen ja das trifft es gut es ist eigentlich ein müllsack so ein ender so ein ender pouch für müll also kann man müll hier so rein schmeißen da verschwindet er einfach mit seiner nicht auch so schön wäre es muss sagen weil wo reinschmeißen weg sind sie das kann man soll toll richtig gut gemacht richtig gut im extra nein in den chat geschrieben dass du das bescheid soll man eigentlich regulär hier hochkommen ohne blöcke zu sein und mit blöcke gesetzt halten das habe ich mit ihm sonst geht es nicht so hier sind die vier türen die tour aussicht da ist der schlüssel sachen gewöhnt immer den schlüssel ja ja naja gut guck mal was ganz oben ist eine höhe geht gar nicht ok wieder runter das war ja ein einfaches ding oder? das war doch auch so nur aussetzen ja das war gut aber ich glaube hinter den anderen türen könnte auch noch einer sein oder? in irgendeiner tür muss ja doppelt was sein alles diamant eisen rätsel ja du warst schon wieder du warst schon wieder du warst schon wieder so nächste tür lass mich durch lass mich durch halt dein maul nächste tür blätter die leiter hoch da ist einer hast du noch einen gefunden? ja nice war da noch was drin guck mal noch unnötigerweise was hier für harrakesch ist oh da ist richtig harrakesch komm da kann auch einer sein da haben wir alle erschreckt wir wissen das jetzt waaah ja gut da ist das licht an hier ist er da ist er ja hier sind jetzt wir haben alle wir haben alle oder du hast doch zwei ne ja einen und ich hab einen ich hab zwei du hast einen boah schon krass ey ich tue mir einfach mal die Tür zu vor der Nase dann haben wir jetzt dann müssen wir das andere gar nicht mehr benutzen äh andere Tür gar nicht mehr öffnen ne wollen wir es aber trotzdem tun weiß ich nicht wenn das war 18 Minuten ah ich bin runtergefahren ach komm dann machen oder doch es gibt noch eine Tür komm dann machen wir die Tür auch noch dann haben wir es hinter uns können wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen ja bl Ox ne caps joa da ist jetzt nicht soo jaja da ists jetzt nicht soo mas ne dann alles bei dir also bei dir ist das einzigste wo's weitergeht da ist nix zu hoch nö das nur aussicht Toll. Na gut, dann war das das. Und dann müssen wir jetzt alle Schlösser öffnen. Einfach draufklicken, dann fährt wieder das. Ja. So. Yay. Weiter geht's. Oh, wieder die Dorn, ey. Spinnen! Ich komme ja wieder zurück. Nicht, dass ich jetzt hier vorlaufe. Da hoch, geht doch da hoch! Das ist einfach mal so eine richtig hässliche Lohne gewesen. Ich mache schon mal den Sponderkopf. So. Hotdog, Hotdog. Was ist ein Achievement oder was? Ein Hut. Was ist das denn? Antibilder. Ah, man kann die nichts bauen, wenn der Block da ist, oder? Doch. Hä? Warte mal. Ne, der blaut dann wieder ab. Geil. Was ist das denn? Oh. Nice! Ja, das ist geil. Womit müssen wir jetzt? Hä? Da. Da. Okay. Aber da geht er an der Dritte. Ist ja echt wie in Zelda oder Super Mario. Ah, ist ja geil. Es gibt nur noch so ein Auge der Wahrheit Item, dass man Blöcke nur sehen kann, wenn man ein Item in der Hand hält. So. Hier muss er hin. Warte mal, bis das abgebaut hat. Oder wollen wir einen höher gehen? Ich geh mal einen höher. Kann man nicht aktivieren. Oh ne, so. Hö? Oh. Ah, nach unten hat er die gebaut. Oh Gott. Okay, bringt ja nichts. Hä? Das ist doch gar nichts. Hat keinen Sinn. Vielleicht eine Art Abkürzung, wenn man runterfällt oder so, aber die bleibt ja nicht aktiv, ne? Und der baut einfach nur hier rüber. Nö, hat keinen Sinn. Der baut einfach nach unten her. Und der hier baut nach unten. Hä? Ja, keine Ahnung. Wie soll man da rüberkommen, bitte? Regulär jetzt. Das geht doch gar nicht. Und wieso das? Nö. Was macht der hier? Nix. Warte mal, wenn ich jetzt hier so stehe. Nein. Nein. Ne, das ist ja... Kann auch. Weiß ich nicht. Können wir nichts machen. Geht doch nicht. schafft man nicht weil der anfang ging ja noch aber der rest jetzt jetzt müssen wir die blöcke ich wollte immer ab ne gucken ach in die richtung warte mal hatte mal in die richtung wo man guckt moment in die richtung wo man guckt tut er die aus da jetzt jetzt haben wir jetzt das rätsel machen wir in der nächsten folge oder schon mal machen wir von jeder hochkommen ja dann wir sagen bis zur nächsten folge rätsel gelöst tschüss tschüss tschüss